Du musst wieder hinterkommen, gell? Du musst in den Hof übernehmen. Was? Den Hof? Der Peter übernimmt doch den Hof. Das müssen wir jetzt dann abbrechen mit Wien. Du kommst dann wieder hinter in den Hof. Du musst übernehmen. Nein, ich will nicht. Ich will in Wien studieren. Ja, jetzt trink mal einen Stopps aus. Was? Nein, ich mag keinen Schnaps. Dann fährst du wieder nach Wien. Brauchst gar nicht mehr fahren. Du bleibst gleich da, gell? Ich war morgen mit der Mama. Weißt du überhaupt, wie man Kuh melkt? Was? Wie man eine Kuh melkt. Weißt du dir das überhaupt? Sag mal. Nein. Das wäre der Holztang. Heute gehen wir mal Holz für den Winter vorbereiten. Ich will nicht. Jetzt hat die Mama gesagt, ich darf im Wien bleiben. Nein, nein, nein. Das lass ich mir von der Margot nicht einreden. Du hast gesagt, der Peter übernimmt den Hof. Was Peter? Wie heißt du? Wie ich heiß? Hast du gefragt, wie ich heiß? Achso. Nein, nein, jetzt hab ich leid. Ich weiß mal, weiße mother. Und das ist nicht, wenn guckt. Vielen Dank.